In dieser Folge erkunden wir die Arkaden und sind auf der Suche nach einem blauen Stein. Doch der Ladenbesitzer hat ganz andere Dinge im Kopf, denn er befürchtet, seine Frau betrügt ihn. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, finden wir auch noch ein Graffiti, das eine seltsame Frage aufwirft. Und damit willkommen zurück bei Harold Halibut. Wir stehen gerade vor unserer wunderbaren Rohrpost und sind auf dem Weg in die Agora Arkaden. Das erste Mal, denn wir haben hier noch eine Aufgabe zu erledigen. Wir sollen mit einem gewissen Tommy sprechen, ich hoffe er heißt Tommy, und nach einem blauen Stein fragen. Äh. 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 Das habe ich nicht gesagt. Äh. Jed... Aber Ich habe nichts zu tun. Dammt! Dann der Fall ist in danger. Ich bin sicher Felix's parents will deal with this. Good point. They should really be present while you question me, Major. I'm only a minor. Don't you throw the book at me, son. Where are they anyway? I don't know. And good luck finding them. Oh no, Felix. Have you lost them? Harold, leave this to the professionals. Felix, do you mean to tell me you've neglected to file a missing person or persons report? Shouldn't we look for them? Don't change the subject. But, Major, what is the subject? That's right, Harold. Know your rights. If, and I mean if, you're acting as some kind of heroic big brother figure to this young man, I expect you to be a positive influence. I... We... There's no... Come on, spit it out, man. Just leave me alone, Sandstrom. I've got fish to feed. Okay, Harold. But your fish won't save you if I catch you red handed. Now Felix! Where is Felix? Oh no. Felix? Harold! You've lost him! Blah! Wie kann das unsere Schuld sein? Und der kleine Frechdachs? Der wollte uns da voll mit reinziehen. Der Freche. Ich glaub's ja nicht. Der wollte uns Probleme machen, der kleine Junge. Mann, 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 Mann. Und der Polizist, der kann uns ja mal sowas von nicht leiden, ne? Aber sowas von nicht. Hello, Mr. Secretary. Uh, Eight, right? I'm afraid not. You must be thinking of my brother, Secretary Eight. Or, Secretary 24, of course. Oh, sorry. I always get that mixed up. There are just three of you, right? Well now, uh, three of us work for All Water, yes. Oh, so, there's another who doesn't? Hmm. Yes, Secretary Eight is the man to ask about that. He remembers it all much better than I do. Remembers? Okay. Sounds serious. Anyway, I'm neglecting my post. Welcome to the Agora Arcades. Would you like to partake in the monthly All Water Raffle Bonanza? Oh, sure. Wait. Is it free to enter? Certainly. The raffle is a generous gesture of frivolity from All Water to you, the citizens of Fedora. Hmm. Ich bin auf jeden Fall dabei, aber welche Preise gibt es? What are the prizes? Well, there's a long list of luxuries. A plethora of pleasurable prizes. The full list can be perused at your leisure on the All Water Public Access Forum. Okay. I'm ready. I'll just spin her up. Drum roll, please. And... Looks like you were unlucky this time, but that's life. Try again next month. Ach, Manno, da hatten wir Pech. Frechheit. Aber wir haben eine neue Aufgabe. Sprich mit Sekretär Nummer 8. Okay. Wir gehen erstmal hier rein. Schicke Drehtür. Ui. Und das ist scheinbar der Shopping-Distrikt. Oder der Unterhaltungs-Distrikt. Interessant, aber cool gemacht. Wir haben eine Nachricht bekommen. Von John Slippy Jr. Genau. Slippys Double Black Diamond Angebote sind da. Nur für einen Tag. Nicht verpassen. Slippys exklusiver neuer Kampagnenstart. Heute noch bei Slippys vorbeischauen. Ich bin mir unsicher, ob ich wissen will, was die verkaufen. So. Gertrudes Bierzone. Da steht, das ist Gertrudes Bierzone da oben. Oder hier unten. Das finde ich super. Ne, hier unten ist das. Gertrudes Bierzone. Der Name ist ja wohl immer der Shit. Ich will da rein. Zim. What do you think about the announcement then? I think it sounds exciting, Alon. You think everything sounds exciting? Well, that new boy thing and all. Might give us something new to natter about. A new boy, Zim? What's it gonna pick up anyway? Alien radio drama? Not sure, Alon. Maybe we'll get some fancy pictures. Seems to me be more interesting to go sideways than back up top. You're going sideways, Alon. Right you are, Zim. It's all this sitting around. Hey, Tommy. I don't suppose you'll be back in the shop soon? Oh. Or, I mean, I can come back later? Oh no, what do you need? It's just that the professor and I need some sea rocks. I mean, filter rocks from older times. That have come from the filters. And I feel like you might have one. Shh, quiet. Don't be mentioning filter Frankie. You know that every piece of my inventory is legally obtained. Or legally found. Right? Right. Sure. That's why I'm here. To legally acquire an item of yours that you may have. Okay, look and listen here, Longy Long Pants. I shut the store for a reason, you know? Oh man, I'm sorry. I didn't mean to call you Longy Long Pants just then. You sure you don't want me to come back another time? It's fine. I'm just feeling sorry for myself. I've got this gut feeling that my beautiful angel wife don't care about me no more. Oh. No, I know I'm oversharing again. Tommy, you gotta stop oversharing. Look, kid. Either way, I'm not gonna be of any help to you today. Ah. If you're sure. Yeah, you just caught me on a blue note. That's all. She's been spending so much time with that beautiful chunk of marble. You know, the guy in the silk robe and the flowing locks. You're cool. So be cool all the time with my patented Constacool fabrics. So you see, that's the slippy difference. And if you just watch this exciting infomercial... Ah, Harold! If it isn't my favorite multi-maintenance man! Wait! Are you sure I can't interest you in... Oh, never mind. Hello. How's business? You're an everyman, right? I've made a new ad, and I need your opinion. I mean, I think it's great, but maybe it's too high concept. Oh. Well... I'm not really qualified to... Nonsense! Just watch! I was trying to read a book in the comfort of my own home. But my own home wasn't comfortable. It was too hot to concentrate. Will I ever be able to read to my children? Or enjoy the adventures of the Fedora 4 from my armchair again? Why, yes! Of course you will! With my patented, tried-and-tested aircon system, you'll always be able to keep your brain, books, and body sweat-free! And as cool as Jimson Jameson himself! Please note, Slippy's aircon system is not officially endorsed by the creators of the Fedora 4 or their legacies. Sometimes I just can't get cozy. How's a man supposed to look after his family with cold arms? My family are depending on me. What am I going to do? Clad yourself in one of our triple-insulating cozy jackets and matching thermal underwear, of course! You know what they say, warm hands, warm hearts! Slippy's means heritage. I'm the latest in a long tradition of winter sports enthusiasts. Schlipmeyer's throughout history have kept everyone from loyalty to the common man, warm and cozy in their pursuits of the great outdoors. Slippy's means social responsibility. The Schlipmeyer's were one of the most generous sponsors of the Fedora 1 project, giving back to the people, sharing their knowledge of insulation technologies, and considerable wealth to keep humanity warm and cozy among the stars. Remember, you deserve to live and work at whatever temperature is right for you. With over 200 years of expertise, you can bet the weather forecast shows Slippy's across the board. Come in out of the cold and into Slippy's. Slippy's, heat protection so good, it'll be a cold day in hell. Wow. Well, what did you think? Es verglitschig, wie du. Was genau habe ich mir gerade angesehen? Bitte lass mich einfach gehen. Ich weiß gar nicht, welche Antwort ich davon nehmen soll. Es war... Ähm... Es war... Es gab... Es gab viele Dinge... Und äh... Great! So glad you agree! Und während du hier bist... Ich ging einfach... Oh, komm an! Du kannst nicht ohne meine neue Halfpipe-Experience testen! Es ist neu und verbessert, mit einer kleinen Modifikation zu meinem patented Aircon-System, den ich den Frieza nennen! Is that... Do I have to... I'm glad you asked! It combines precise atmospheric conditions synthesis with the Ski-Sim to recreate the most life-like experience of skiing you can dream of! That sounds... Uh... Wait... Me? Skiing? But I don't... Nonsense! I'm sure you're a natural! Now let's get you strapped in! Oh Gott! Das geht doch schief! Aber hey! Der Kerl ist ein verdammt guter Verkäufer! Behaupte ich mal! Wir landen gleich in der Theke, kann das sein? Oh Gott! Was muss ich tun? So, ich sitze! Ich mache jetzt den Stuhl! Achso, ich muss X drücken! Ha ha ha! Ha ha ha! Ah, Harold! You were really blown away by it, huh? First time's the hardest! It's all downhill from there! Ha! I guess I'm Slippy by name, but you're Slippy by nature! Ha ha ha! I guess so. I'd really better go now. Sure, sure! But just so you know, I run a pretty generous referral scheme, if you're interested. For every customer you get! Gotta dash! Okay, Harold! Peace! Ha ha ha! Schnell raus hier! Bevor er auf weitere komische Ideen kommt, der Kollege! Huiuiui! Da laufe ich vor Schreck erstmal gegen die Laterne! Was ist das denn für ein geiles Gebäude? Okay, ich kann damit nichts tun. Hier ist der General Store. Der ist geschlossen. Hier ist eine... Ach! Die Spielhalle! Oh Gott! Drei Doppeldecker! 3D-Doppeldecker! Oh cool! Ich kann wie die Spiele spielen! Huiuiui! Okay! Voll chillig! Okay! Wenn ich die Dinger hier treffen würde! Hä? Das ist ja wirklich super chillig hier! Keine Gegner! Glaube ich! Oh Gott! Hilfe! Ich weiß auch nicht, was genau hier das Ziel ist. Also das große Ziel! Einfach nur Dinge einsammeln wahrscheinlich, ne? Interessant! Okay! Es war wunderschön! Wen haben wir denn hier? Oh hey Raffi! Harold! Is everything okay? The tube route to the school and the social district is out! Oh! Right! Makes sense! Annoying! That's not what's annoying! Oh? Kids! Everywhere! All the time! No school means no peace! They're just hanging around! Taking space! Playing all the arcades! Oh dear! But... Isn't that what this place is formed? Kinda? Oh! I see! Good luck! Es ist nicht so, dass ich das nicht so ganz nachvollziehen könnte! Hallo Kinder! Da! Na, wer weiß! Vielleicht kriegen wir da ja unsere Initialien mal hin! Äh... Schnell raus! Er ist ja auch lustig! Hier sind so viele coole Leute! Oh, oh not! Hey! How is it going, Harold? Not too shabby, thanks! How about you? I'm super actually! I found a book! Oh cool! What kind of book? It was just discovered! A book written on Earth! Nobody on the station has read it yet! Apart from me! Okay, er will ein ganzes Buch auf der Bühne vorlesen. Das kann sich nur um Jahre handeln. Was ist das? Was ist das? Das kann ich machen. Wie ist die Post heute? Es ist ein bisschen langer, was mit der Tube in die Utilität zu sein. Ich kann nicht wirklich arbeiten. Nicht arbeiten macht mich so restlos. Ich hoffe es bald wieder zurück. Gut, dass du die Arcades hast. Ja. Ja. Und Chris kann nicht zur Schule für das gleiche Grund. Also, wir haben viel Zeit, um zusammen zu arbeiten. Das junger Mann ist fast wie ich. Warum fühle ich mich wie ich bin? Oh, hey Chris. Ja. Im Endeffekt, Sport ist gut. Sport ist wichtig. Sport ist richtig. Kann ich schneller? Ich kann nicht schneller. Okay, wir sind ganz schön langsam. Ist das schön. Ist das schön. Wie langsam wir sind. Without me. Good show, Harold. Wie ist alle? Ich glaube, es war ein neues Personal Best für mich. Okay. Okay, danke, buddy. Wie sind wir beide so fit? Oh, du kennst mich, Harold. Ich bin auf diese Station für Jahre. Ich muss mich auf meine Reputation für den Samen-Day-Service, nachdem ich alles. Gesundheit, gesundheitheit. Das ist das, was mich auf geht. Das ist ein verdammt guter Hinweis. Also ein verdammt guter Rat. So, guck und schon sind wir schneller. Ein bisschen. Wir joggen und er geht ganz normal und wir sind nur dezent schneller. Okay, warte. Bevor wir hier rausgehen, will ich nochmal nach oben gucken. Wir wollen hier ja schließlich alles mitnehmen. Die Statue ist schon ein bisschen cool. Und, äh, was haben wir hier? Coming soon? Okay, das heißt, hier haben wir noch nichts. Aber hier auf der Seite hatten wir was. Zwei Leute, wenn ich da dann hinkomme. Da. Wer ist er? Ja. Hallo. Hey, Mann. Willkommen zu der Fisch Fisch Hut. Zum Beispiel, ein Homegrown Fedora fish oder ein Freshwater catcher der Day. Was ist der catcher der Day heute? Heute haben wir den Great Spotted Supergrouper. Das klingt gut. Aber nur aus Interesse, ist das ein Nativefisch? Hard to tell, Mann. You know, a few of the ships fish escaped during the crash. So we don't know if they thrive in the ocean or even intermingle with native species. But we can guarantee that fresh Supergrouper taste you know and love. Okay, interessant. Und wer sitzt hier? Guten Tag, My Lady. Oder so. Ich glaube, es ist My Lady. Will aber nicht mit uns sprechen. Ist in Ordnung. Dann gehen wir jetzt schnell zurück zu Marot. Beziehungsweise, Moment. Wir haben nämlich eine Nachricht von ihr erhalten. Bitte wähle eine der oberen Kategorien aus. Achso. Jemand hat die Wand mit Graffiti besprüht. Eine Beleidigung fürs Auge. Bitte entferne es. Okay, eine neue Aufgabe. Wir kriegen immer mehr Aufgaben. Wir sollen auf jeden Fall nach Brigitte sehen. Tommy weigert sich wegen Beziehungsgedunst mit Brigitte den gemischtwarren Laden zu öffnen. Vielleicht sollte ich in den Energiesektor gehen und nachsehen, ob ich ihr bei irgendetwas helfen kann. Okay, dann Mini-Nachricht an Marot. Cyrus sagte mir, ich solle Marot grüßen. Hat er vergessen, mir den Rest zu sagen? Ist das ein Geheimcode? Was ist hier los? Und optionale Aufgaben. Wasch das Graffiti ab. Marot will, dass ich das Graffiti an der Wand ihres Labors entferne. Und sprich mit Sekretär Nummer 8. Sekretär Nummer 17 hat mir von einem geheimnisvollen vierten Bruder erzählt. Und dass Nummer 8 vielleicht bereit ist, mir mehr zu sagen. Aber wo ist Nummer 8? Wo ist Sekretär Nummer 8? Wir haben ja schon einen gesehen gehabt. Weiter oben. Er ist Nummer 17. Man sieht leider auch nicht, wer wer ist. So. Wir gehen erstmal in den Energiesektor. Wir lassen uns erstmal abspülen. Sind kontaminiert. Wir gehen trotzdem mal hier rein. Oh oh. Und da sitzt sie wirklich. Mit dem Chris im Bademantel. Dem sehr knappen Bademantel, möchte ich anmerken. Hm. Aber es kann ja auch sein, dass die beiden sich nur nett unterhalten. Oh, da ist Brigitte. Und Chris? Was sind sie da? Ich kann sie nicht hören, aber vielleicht kann ich lipread. Hm. Es scheint, Brigitte ist ziemlich begeistert über etwas. Es sieht, wie sie sagt... Ähm. Es ist nicht wahrzunehmen. Tommy würde erinnern. Das kann doch nur schief gehen. Das ist es wert. Vielleicht hast du recht. Wir nehmen vielleicht hast du recht. Vielleicht hast du recht. Es könnte so falsch gehen. Es kann also komplett falsch sein, was sie gerade von den Lippen gelesen haben. Und vor allem... Wie können sie ihn nicht bemerken, wie er da so creepy am Fenster steht? So. Wir sollen wieder Kontakt aufnehmen mit Tommy. Das... Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen sollten. Wir gehen erstmal ins Labor und machen hier eine Nebenaufgabe. Wir machen erstmal die Nebenaufgabe. Wir machen erstmal das Graffiti weg. und richten der Maro vielleicht noch Grüße aus, wenn sie denn da ist. So. Graffiti, Graffiti, Graffiti. Achso. Hier ist noch Kaka. Where's home? Aber wer hat das hinterlassen? Graffiti. Was könnte es fragen, wo ist home eigentlich? Woher gehen wir weiter? Und darum soll sich ja, glaube ich, auch das ganze Spiel drehen. Um die Frage, wo ist zu Hause? Darum soll sich dieses Spiel drehen. Ich glaube, die Frage wird dementsprechend auch noch sehr wichtig werden. So. Das ist weg. Wunderbar. Dann schauen wir einmal. Können wir der Maro die Grüße von Cyrus ausrichten? Ist sie hier? Da sitzt sie. Gucke mal. Hey, Professor. I got a message from Cyrus for you. Out with it then. He says, Hi. Hi? Just hi? Yeah. Just that. He said you'd know what it means. He's a sly one sometimes. I'll give him that. Stubborn as a mule. What's a mule? Oh, don't you start, Harold. Leave me be. I've got to think of a comeback. I mean, get some important work done. Ach, wie schön. Ich muss gestehen, ich mag den Humor von dem Spiel. Der Humor ist verdammt cool. So, ich muss zwar auch gestehen, dieser Artstyle ist vielleicht nicht so ganz meins. Aber man merkt trotzdem, es ist mit Liebe gemacht worden. Und das ist die Hauptsache. Das ist die absolute Hauptsache. So. Was haben wir noch für To-Dos? Sprich mit Sekretär Nummer 8. Würde ich gerne machen. Ich würde gerne Sekretär Nummer 8 finden. Ich weiß nur nicht, ob wir den finden können. Wir versuchen einmal... So, hier waren wir überall. Wir gehen nochmal zum Hauptdingen. Zum Hauptsektor. Vielleicht ist Sekretär Nummer 8 ja der, mit dem wir schon gesprochen haben. Oh, und da sitzt ein Kind. Sehr freundlich. Okay, ist er vielleicht Sekretär Nummer 8? Ha. Sehr gut. Das ist okay. Ich war eigentlich überraschend... Well, ich habe zu sprechen mit Ihren Brüdern. Oh, wie schön. Welche ones? Mr. 17 und Mr. 24. Well, ich habe nicht gesprochen mit Mr. 24 über das, aber... Ah, ja. Ja, gut, loyal All-Water-Employees, beide. Ich darf sagen, ich bin ein guter Influenz. Although, sogar mein Schindlich-Example kann nicht sein, zu ihm. So, er ist der 4th Brüder. What happened to him? Oh, I do apologize. I've got to see to... Matters. But I'm sure 24 can help with your inquiries. He has a better grip on the whole sordid affair than I do. Okay, Mr. 8. Na gut. Also, zurück zu Nummer 24. Der war hier oben. Äh, da, All-Water-Sektor. Ob der uns auch wieder zu einem der anderen schickt? Ich tendiere ja fast zu... Ja. So, da ist er. Welcome. I am All-Water-Automated-Secretary No. 1. How may I assist your All-Water-related learning? Ach, ne, er ist Nummer 1. Mit ihm... Hä? Aber wo ist dann Nummer 24? Wir haben ja mit Nummer 17 gesprochen. Mit ihm hier gesprochen. Und gerade mit der Nummer... 8 gesprochen. Aber... Aber wo ist dann Nummer... 24? Ach, er ist Nummer 24. 24. So, I was just talking to your brother, Secretary 17. I mean, and... It was funny. Actually, at first I thought he was your other brother, 8. I'm sure he found it just as hilarious as I do. Do you need something? Only that when I spoke to 8 about what 17 said, he said to speak to you about what happened with your friends. your fourth brother. Ah, yes. Our wayward Warren, the fourth brother who went his separate way, choosing a life of gastronomical frivolity over contributing to society with all water. Oh, I see. Are you ashamed of him just because he didn't follow you all into working for the corporation? Is that why none of you like to talk about him? Actually, he tried, but he didn't pass the entrance exam. We suspect his heart wasn't really in it. We used to do everything together. And we were supposed to stick together. But he didn't study enough. And now... Yes. What does he do now? Last I heard, Warren had started a food stall. I don't want to think about it. Okay. Well, thanks for telling me about him. I'll leave you be. Okay. Einen Food-Imbiss hat er gemacht. Und der Food-Imbiss, der ist doch bestimmt wieder in den Arkaden. Und eigentlich wollte ich die Folge schon lange ausmachen. Aber, das will ich jetzt wissen. Ich meine, wir haben da ja diesen geschlossenen Stand gesehen. Vielleicht ist der jetzt geöffnet. Von Bruder Nummer 4. Und gucke mal hier, jetzt ist hier jemand Neues, der hier steht. Ist ja auch cool. Okay, mit der Person kann ich nicht sprechen. Ist auch in Ordnung. So, Agora Arkaden. Und dann schauen wir mal. Vielleicht ist der Essensstand offen. So, wir gucken. Ich sprinte und renne und bin ganz schnell. So, Essensstand. Und da ist ja auch der Tommy, zu dem wir zurück sollen. Aber der Stand da oben ist immer noch geschlossen. Also, vielleicht, vielleicht kommen wir da noch, noch, noch hin. Später. Dann würde ich aber sagen, machen wir hier erstmal Schluss. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann da mit Tommy. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.